Wie ist die Liebe der Sterne? Wie ist die Liebe der Sterne für die 12 Sternzeichen stehen? Das und mehr erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zu diesem Video mit den Tendenzen für die 12 Sternzeichen im Februar 2022. Die Timecodes, wann euer jeweiliges Sternzeichen beginnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung und zwar unter dem Horoskope-Shop. Also bitte ein bisschen scrollen. Vorher wollen wir aber noch in die allgemeinen Konstellationen des Monats schauen. Die wichtigste Nachricht ist sicher, dass die Venus wieder direktläufig wird bzw. jetzt ist. Und auch der Merkur wird am 4. Februar wieder direktläufig. Das kann sich so anfühlen, als ob sich ein großer Knoten lösen würde. Der Januar war ja wirklich teilweise chaotisch. Ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen. Mich selbst und viele Menschen, die ich kenne, hat die Omikron-Welle erwischt und ich musste mich echt erholen. Deshalb bin ich so spät dran und habe mich auch mit Livestreams zurückgehalten. Das habt ihr ja sicher gemerkt. Astrologisch hat es wieder mal voll zu den Konstellationen gepasst. Ich hatte ja für den Januar vorhergesagt, es gibt eine Quadratur zwischen Mars, der für die Immunabwehr steht, und Neptun, der in dem Fall schwächend wirkt und unsichtbare Feinde, also die Viren, repräsentiert. Ich hatte davor gewarnt, dass dieser Aspekt eine große Herausforderung fürs Immunsystem ist und sich viele anstecken werden. Dazu kam der rückläufige Merkur, was eine Informationsunsicherheit und die Überlastung der entsprechenden Ämter anzeigte. In der ersten Februar-Hälfte haben wir eine weitere gesundheitliche Spannung, nämlich zwischen Mars und heiler Planet Chiron. Wenn wir Pech haben, greift das diese Ansteckungs- und Krankheitsgefahr vom Januar nochmal auf. Ich rate euch, weiterhin sehr achtsam zu sein. Trotzdem verweisen viele Konstellationen darauf, dass wir auch Fortschritte erzielen können. Ich denke, wir dürfen vorsichtig optimistisch sein. Deswegen reden wir jetzt erstmal von etwas Schönem. Ich habe noch ein Jahrbuch mit einer persönlichen Widmung zu verlosen. Und zwar unter allen, die meinen Kanal abonniert haben und mir hier in netter Form Kommentare posten. Erzählt mir doch zum Beispiel, wie es euch ergangen ist im Januar und schreibt jeweils euer Sternzeichen und Aszendent dazu. Und Achtung, wer gewonnen hat, dem poste ich das direkt als Antwort unter den Kommentar, damit ihr nicht bis zum März-Video warten müsst, ehe ihr das Buch bekommt. Und noch ein weiterer wichtiger Hinweis. Die Schicksalsanzeiger Mondknoten sind jetzt in die Zeichen Stier und Skorpion gewechselt. Und das ist eine entscheidende neue Energie für die nächsten eineinhalb Jahre. Im Jahrbuch bin ich ausführlich darauf eingegangen, wie sich der Wechsel der Mondknoten im Laufe des Jahres und für jedes Sternzeichen auswirkt. Deshalb, wenn ihr das Buch noch nicht habt, ich kann es euch nur ans Herz legen. Weil ihr darin nämlich alle bedeutenden Planetenwechsel des ganzen Jahres schon jetzt erfahrt. Zum Beispiel auch, wenn Lilith im April in den Krebs geht. Und ich gehe eben in jedem Sternzeichen-Kapitel auch ganz ausführlich darauf ein, was das für euch persönlich bedeutet. Die Infokarte hier führt euch direkt zum Buch und ich verlinke es auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Im Januar hatten wir ja auch eine Verlosung und diesmal habe ich sogar einen Gewinner, nämlich Charles. Das Konto heißt CharlesCGN1. Und er hat mir so nett geschrieben, Also Charles, so schlimm ist es nicht. Es gibt noch ein paar andere Männer außer dir, die hier zuschauen. Herzlichen Glückwunsch! Du hast ein persönliches Geburtshoroskop gewonnen. Bitte schreib uns eine E-Mail unter Das Service at Antonia Langsdorff ist hier eingeblendet mit Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort, damit wir dir deinen Gewinn zusenden können. Jetzt schauen wir in die Konstellationen für den Februar und dann geht's los mit den Sternzeichen. Der Monat startet gleich am 1. Februar mit einem fulminanten Neumond im Wassermann. Und beteiligt ist Saturn, Planet des Karmas und der Konsequenzen und hier Revoluzza Uranus. Das kann einen Durchbruch bedeuten, aber zunächst müssen wir uns wohl mit den Konsequenzen aus dem Chaos vom Januar auseinandersetzen. Was uns jetzt hilft ist, wenn wir selbst wirksam sein können. Das heißt, wenn wir da aktiv werden, wo wir was verbessern können und wenn wir das akzeptieren, was wir derzeit nicht ändern können. Der Neumond hat aber auch viel Gutes. Wir haben eine Art Tüchtigkeitsaspekt. Der Mars, der jetzt im effektiven Steinbock steht, verbindet sich positiv mit Jupiter. Das unterstützt die Produktivität und auch Hilfsbereitschaft. Außerdem beginnen Venus und Mars nun ihre innige Verbindung, die den ganzen Monat über anhält. Das heißt, die Liebesplaneten stehen liebevoll und leidenschaftlich. Wobei das im Steinbock vielleicht etwas kühler wirkt. Dafür geht es aber oft um das Pragmatische und Machbare. Also, was man ganz konkret füreinander und miteinander tun kann. Interessant ist hier auch diese Verbindung zwischen Pluto und Merkur. Die bedeutet, dass gedankliche und inhaltliche Durchbrüche möglich sind. Man kann jetzt Angelegenheiten geistig sehr tief durchdringen und erkennen. Darauf gehe ich dann im Neumond-Livestream am 31. Januar noch näher ein. Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Neumond, denn durch die Verbindung mit Saturn hat die Konstellation langfristige Kräfte. Deshalb lohnt es sich, sie mit einem Ritual zu unterstützen. Dabei hilft uns auch der Merkur, denn der wird in der Nacht zum 4. Februar wieder direktläufig. Das heißt, er hat während der ganzen ersten Februarwoche besondere Kräfte. Das ist unter anderem auch sehr gut für Zaubersprüche. Der Neumond ist also ideal, um sich Gedanken zu machen und Listen zu schreiben, was wir als nächstes erreichen wollen. Denn das Potenzial, dass wir das auch umsetzen können, ist groß. Der Februar wird außerdem auch spannend für die Liebe. Venus und Mars bilden ja eine ganz heiße Verbindung und in der ersten Monatshälfte tun sie sich dabei auch noch mit dem aufregenden Uranus zusammen. Das ist erstens ein ganz toller Flirt- und Liebesaspekt und zweitens aber auch ein Kreationsaspekt. Kreative neue Lösungsansätze sind möglich. Was mir etwas Sorgen macht in der ersten Monatshälfte, ist die Spannung hier zwischen Mars und Chiron, die weist darauf hin, dass uns Gesundheitsfragen weiterhin stark in Atem halten können. Aber die Konstellation lässt dann zur Monatsmitte auch nach und dann sind zumindest die kurzfristigen Aussichten für den Rest des Monats verheißungsvoll. Wichtig ist die Mondknotenachse. Die ist ja am 18. Januar in die Zeichen Stier und Skorpion gewechselt. Da schulde ich euch eigentlich auch noch ein Special dazu, aber das ist jetzt in meinem persönlichen Covid-Chaos untergegangen. Ich versuche das sobald wie möglich in einem Livestream nachzuholen. Das lohnt sich auf jeden Fall noch, weil die Mondknoten jetzt eineinhalb Jahre durch Stier und Skorpion laufen. Hier nur so viel. Nachhaltigkeit, Naturverbundenheit und Werterhaltung werden in den nächsten eineinhalb Jahren immer populärer werden. Gleichzeitig kann es sein, dass wir nicht immer Zugriff auf wichtige finanzielle oder gesellschaftliche Ressourcen haben. Es gibt Anlass zu der Sorge, dass es im Pflegebereich und in der Krankenversicherung zu Streiks und Problemen kommt. Außerdem werden die Mondknoten im Laufe des Jahres einen starken Einfluss auf unser Liebes- und Beziehungsleben ausüben. Es werden viele neue Verbindungen und Allianzen entstehen, aber auch zerbrechen. Das wird besonders im Sommer sehr spannend. Wie gesagt, die Infos dazu findet ihr in meinem Jahrbuch und darin bin ich auch in jedem Kapitel ausführlich darauf eingegangen, wie sich die neue Mondknotenkonstellation für die einzelnen Sternzeichen auswirkt. Einen ersten Einblick habe ich euch auch auf meinem Instagram-Account gegeben. Schaut doch da mal rein, heißt auch Antonias Sterne. Die nächste wichtige Konstellation im Februar ist rund um den Valentinstag am 14. Da ist passenderweise die Verbindung der Liebesplaneten Venus und Mars besonders eng. Und später bilden sie auch noch eine Verbindung zu Romantikplanet Neptun. Da haben wir dann allen Grund, mal unsere Sorgen zu vergessen und uns der Liebe und Partnerschaft zu widmen und denjenigen, die wir lieben, eine nette Überraschung zu bereiten. Am 14. spätabends geht auch der Merkur in den Wassermann. Ein Hinweis, dass dann in der 2. Februar-Hälfte ein optimistischeres Denken herrscht. Am 16. Februar haben wir Vollmond auf der Achse Löwe-Wassermann. Das könnte ein schicksalhafter Vollmond werden, der eine große Energiewende einläutet. Da geht es um unsere Freiheit und wichtige Entscheidungen und auch wieder um einen kreativen Umgang mit den Problemen, die nach Lösung drängen. Zeitgleich bildet sich ein starker Hoffnungsaspekt zwischen Glücksplanet Jupiter und Erfinderplanet Uranus. Die Energiewende zu Vollmond könnte also eine Wende zum Besseren sein. Die Fische-Saison beginnt dieses Jahr am 18. Februar um 17.43 Uhr mit dem Eintritt der Sonne ins Zeichen der sensiblen und mitfühlenden Fische. In den vier Wochen darauf aktiviert die Sonne Glücksplanet Jupiter und Romantikplaneten Neptun. Dann macht sich eine romantische Stimmung breit und die Frühlingsgefühle fangen an zu erblühen. Schon ab Mitte Februar haben wir sehr verführerische Konstellationen mit den Liebesplaneten. Also das Fazit, die erste Monatshälfte ist wahrscheinlich noch angespannt, aber insgesamt dürften sich im Februar viele Lichtblicke auftun. Sicherlich in unserem Privatleben, aber vielleicht auch im Hinblick auf unsere andauernden Schwierigkeiten mit der Corona-Pandemie und wie wir sie handhaben sollen. Die romantischen und leidenschaftlichen Tendenzen, die im Februar beginnen, setzen sich dann den ganzen März über weiter fort. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Februar und jetzt schauen wir uns die einzelnen Sternzeichen und Aszendenten an. Denkt dran, am besten für beides zu schauen, also sowohl für euer Sternzeichen als auch für euer Aszendentenzeichen. In beiden Beiträgen sind sicherlich wichtige Infos für euch. Und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Sofern nicht äußere oder krankheitsbedingte Umstände dagegen sprechen, kann es für euch ein sehr erfolgreicher Monat werden, denn euer Berufs- und Finanzbereich bekommt gute Aspekte. Nur Freundschaft und Geld müsst ihr gut auseinanderhalten, jedenfalls in der ersten Monatshälfte. In eurem Karrierehaus stehen nun vier Planeten und ihr seid wahrscheinlich gedanklich und auch von der Schaffenskraft her sehr angeregt. Allerdings stehen diese kosmischen Kräfte, darunter auch der Mars, in Spannung zur Widersonne, so dass ihr aufpassen müsst, nicht zu ungeduldig zu werden. Es kann sein, dass nicht alle eurem Tempo folgen können und das wiederum kann zu Konflikten führen. Vielleicht überfordert ihr euch aber auch selbst, indem ihr zu viel auf einmal wollt und euch damit an die körperlichen Belastungsgrenzen bringt. Der Monat startet gleich frühmorgens am 1. Februar mit einem Neumond im Wassermann und der bringt die Energie in eure Freundschaften bzw. euer berufliches Netzwerk. Es würde sich also anbieten, dass ihr darüber meditiert, mit wem ihr ein Geben und Nehmen habt, wie ihr euch gegenseitig unterstützen wollt oder auch welche Projekte ihr mit einem freien beruflichen Netzwerk zusammen realisieren wollt. In der Liebe sind die Tendenzen noch nicht ganz so unbeschwert. Viele von euch haben auch gar nicht den Kopf frei für die Liebe und Flirt, weil ihr beruflich viel zu tun habt. Möglich auch, dass ihr viele Anträge stellen und mit Behörden kommunizieren müsst und das kann euch gereizt machen. Wenn ihr fest liiert seid, solltet ihr schauen, dass ihr Stress von der Arbeit oder nervigen Papierkram nicht nach Hause tragt. Oder ihr bittet euren Schatz um Verständnis. Vielleicht kann er oder sie euch auch helfen. Wenn ihr im Homeoffice arbeitet, müsst ihr echt aufpassen, dass ihr euch nicht herumzankt, denn das macht die Stimmung auch nicht besser. Hier verweise ich auf die 90-Sekunden-Regel. Die ist immer gut bei Mars-Aspekten. Dazu könnt ihr euch ein Dossier gegen eine kleine Gebühr bei mir auf der Homepage herunterladen. Generell können sich im Februar aus der Verstrickung von Liebe und Beruf Konflikte ergeben. Das gilt auch für die Singles unter euch, weil sich Flirtmöglichkeiten gerade im Karrierebereich ergeben. Aber eine Affäre im beruflichen Zusammenhang kann kompliziert werden und Abhängigkeiten nach sich ziehen. Ihr müsst da vorsichtig sein, denn ihr wisst nicht, was im Hintergrund noch alles läuft. Wenn echte Gefühle im Spiel sind, solltet ihr noch eine Weile abwarten. Am besten bis Anfang März, ehe ihr diese Verbindung öffentlich macht. Der Valentinstag kann eine gute Gelegenheit sein, jemandem eure Zuneigung zu zeigen. Aber wie gesagt, wenn es im beruflichen Zusammenhang ist, solltet ihr diskret damit umgehen. Am 14. Februar geht der Merkur spätabends in den Wassermann und steht dann vier Wochen lang günstig für euch. Das erleichtert die Kommunikation auf allen Ebenen und wirkt sich wahrscheinlich auch beruflich günstig aus. Wenn ihr vorher noch geneigt wart, euch schnell angegriffen zu fühlen, seht ihr jetzt die positiven Möglichkeiten und der Zusammenhalt im Team ist gut. Der Vollmond im Löwen am 16. Februar steht günstig für euch. Schaut doch mal, ob ihr vielleicht helfen könnt, wenn andere in diesen Tagen etwas nervös werden. Er ist auch für ein Ritual sehr gut geeignet. Überhaupt beginnt ab dem 18. Februar, wenn die Sonne in die Fische geht, eine sehr schöne Phase, wenn ihr spirituell angehaucht seid. Ihr dürft dann für die kommenden vier Wochen mit vielen interessanten Eingebungen und Botschaften aus der geistigen Welt rechnen. Die können auch im Traum kommen, legt euch deshalb am besten ein Traumtagebuch bereit. Und wenn ihr mit irgendwelchen Problemen feststeckt, entspannt euch oder meditiert, dann kann die Lösung von ganz alleine angeschwebt kommen. Übrigens gilt das auch für Geldangelegenheiten. Falls ihr finanzielle Hilfe braucht, werdet ihr sie wahrscheinlich in der zweiten Monatshälfte erhalten. Und tatsächlich kann euch dabei eine Geldmagie oder die meditative Einstimmung auf die Geldenergie weiterhelfen. In der letzten Februarwoche habt ihr außerdem einen tollen Gesundheitsaspekt mit Hiron, der ja in eurem Zeichen steht. Und der kann euch zur Heilung verhelfen oder ihr erhaltet wertvolle Erkenntnisse darüber, wie ihr mit einer gesundheitlichen Angelegenheit umgehen könnt, um Fortschritte zu erzielen. Das waren eure Tendenzen im Februar und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das PDF mit dem Monatshoroskop gibt's für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Die Mai-Stiere, besonders diejenigen, die in den letzten Tagen des Stierzeichens Geburtstag haben, spüren nun als erste den besonderen Einfluss des Mondknotens im Stier. Macht euch bereit für Fame und Aufmerksamkeit. Die Welt ist offen für eure Talente und Gaben, vor allem für die stiertypischen Werte der Nachhaltigkeit, Werterhaltung, Naturverbundenheit und hochwertigen Ernährung. Wenn ihr irgendwie beruflich mit diesen Bereichen zu tun habt, werdet ihr eine erfolgreiche Zeit haben, trotz Inflation, Corona und was sonst noch alles in der Luft liegt. Für euch alle gilt, dass der Neumond im Wassermann am 1. Februar das kosmische Karrierehaus aktiviert. Deshalb bietet es sich an, dass ihr in der Meditation über euren beruflichen Weg und über eure Karrierewünsche nachdenkt. Oder auch ganz allgemein darüber, was ihr der Welt geben und präsentieren möchtet oder welche besondere Aufgabe ihr übernehmen könntet. Und das könnt ihr natürlich auch wunderbar durch ein Ritual unterstützen. Für die Liebe beginnt nun ein Highlight mit Wow-Faktor bis zum 5. März. Venus und Mars senden jede Menge Liebesenergie und aktivieren dabei bis zum 17. Februar auch noch Uranus in eurem Zeichen. Und das taucht euch in ein besonders aufregendes Licht. Das ist eine der besten Zeiten des Jahres, um zu flirten und eine spannende neue Beziehung zu beginnen. Aber auch wenn ihr bereits fest liiert seid, werdet ihr dadurch inspiriert, die Partnerschaft mit aufregenden neuen Impulsen zu beleben. Zeitgleich erhalten auch eure Freundschaften großartige Impulse. Denn im Freundschaftshaus steht Glücksplanet Jupiter. Und der bildet nun einen längerfristigen günstigen Aspekt zu Erfinderplanet Uranus in eurem Zeichen. Das heißt, ihr erhaltet für eure ziemlich außergewöhnlichen Ideen Anerkennung und Unterstützung aus dem Freundeskreis und auch aus eurem beruflichen Netzwerk. Es sieht also auch beruflich im Februar gut für euch aus. Wenn ihr jetzt denkt, puh, ist aber alles gerade sehr anstrengend oder wenn ihr euch vielleicht blockiert fühlt durch Entscheidungen aus der Chefetage oder auch, falls ihr Schwierigkeiten habt, Vorhaben bei Behörden durchzusetzen, lasst euch davon nicht einschüchtern. Das braucht dann eben etwas mehr Zeit. Aber die Chancen stehen gut, dass ihr am Ende erhaltet, was euch zusteht und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Auch gesundheitlich sind die Tendenzen insgesamt gut. Venus und Mars unterstützen nicht nur eure Lust und Liebe, sondern auch eure körperlichen Kräfte und eure Vitalität. Voraussetzung ist, dass ihr euch nicht übernehmt, sondern darauf achtet, euch auch Zeit für Pausen und Regeneration zu nehmen. Das ist nämlich ein bisschen die Gefahr, dass ihr so starke Anregungen erhaltet, weil die Menschen unbedingt etwas Tolles mit euch realisieren wollen, dass ihr auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen wollt. Und weil ja auch leider immer noch die große Ansteckungswelle rollt, müsst ihr besonders in der ersten Monatshälfte aufpassen, dass ihr euch beim Flirten und Lieben nicht ansteckt. Zu Valentinstag am 14. Februar dürft ihr mit vielen Aufmerksamkeiten rechnen oder vielleicht lasst ihr euch auch selbst etwas Nettes für euren Schatz einfallen. Jedenfalls habt ihr rund um die Monatsmitte sehr liebevolle Tage. Etwas heikel könnte der Vollmond am 16. Februar werden, besonders wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt. Achtet bitte mal drauf, was sich euch rund um diesen Vollmond zeigt. Es könnte mit euren Karriereentwicklungen, aber auch mit wichtigen Ereignissen in der Familie zu tun haben oder auch beides. Das ist deshalb wichtig, weil diese Energien in eurem Horoskop im Laufe des Jahres immer wieder ausgelöst werden. Vielleicht erhaltet ihr zu diesem Vollmond schon eine Idee, worauf es ankommt. Am 18. Februar spätnachmittags geht die Sonne in die Fische und steht dann für vier Wochen super günstig für euch. In dieser Zeit kommt ihr sowohl beruflich als auch privat gut voran. Eine kleine Warnung gilt für die Zeit vom 22. bis 26. Februar. In diesen Tagen solltet ihr vor allem, was die Karriere angeht, keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Möglich auch, dass es Anweisungen von oben gibt, die euch nervös machen. In beiden Fällen gilt, geduldig bleiben und beobachten. Ab dem 4. März wisst ihr, was zu tun ist. Das waren meine Gedanken zu euren Konstellationen im Februar und die könnt ihr auch im PDF mit dem Monatshoroskop nochmal nachlesen. Das gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Der Neumond im Wassermann am 1. Februar aktiviert eure großen Pläne und Lebensentwürfe und zugleich habt ihr Glücksplanet Jupiter im Karrierehaus. Das solltet ihr nutzen, um euch Gedanken zu machen, wo ihr langfristig beruflich hinwollt. Strebt ihr zum Beispiel eine Karriere in dem Unternehmen an, in dem ihr momentan arbeitet? Oder wollt ihr euch irgendwann selbstständig machen? Oder ist das Ziel, möglichst bald die Rente zu beantragen? Die Richtung gibt der Kosmos gar nicht mal vor. Das müsst ihr selbst entscheiden und seid dabei ehrlich zu euch. Wenn ihr euch jetzt Klarheit über eure Ziele und Visionen verschafft, werdet ihr es leichter haben, demnächst die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nicht nur der Neumond, die ganze Phase bis zum 10. Februar ist ideal für solche Projektentwicklungen. Generell habt ihr den ganzen Februar über gute Berufssterne. In eurem Privatleben erhalten jetzt besonders die festen und verbindlichen Beziehungen viel kosmische Energie. Hier stehen die beiden Liebesplaneten Venus und Mars und es lohnt sich, wenn ihr euch Zeit für die Liebe nehmt und vielleicht auch neue erotische Ideen ausprobiert. In der ersten Monatshälfte könnt ihr auch gut gemeinsam Entscheidungen treffen, was euren Besitz und neue Anschaffungen angeht. Und es kann auch gut sein, dass einige von euch sich jetzt entschließen, der Beziehung mehr Verbindlichkeit und Tiefe zu geben und vielleicht sogar über Heiratspläne nachdenken. Singles, die auf der Suche nach Flirts sind, versprühen viel Anziehungskraft und haben eine geheimnisvolle Ausstrahlung. Das liegt daran, dass die Lilith bei euch im Zeichen steht. Und das gilt besonders, wenn ihr nach dem 10. Juni Geburtstag habt. Andererseits könnt ihr auch leicht ins Fettnäpfchen treten, vor allem, wenn ihr eine Affäre im beruflichen Bereich anfangt. Es kann gut sein, dass euch jemand sehr anziehend findet, dies aber unbedingt geheim halten will. Und dafür seid ihr im Moment nicht zu haben. Wer sich mit euch einlassen will, soll gefälligst dazu stehen, was aber zu Konflikten führen kann. Im Zweifelsfalle würde ich euch hier die 90-Tage-Regel ans Herz legen, also drei Monate abwarten, wie sich die Sache entwickelt, bevor ihr euch tiefer einlasst und Entscheidungen herbeiführt. Ihr müsst aufpassen, dass nicht jemand, der ein Auge auf euch geworfen hat, sich enttäuscht fühlt und euch deswegen womöglich beruflich Probleme macht und Steine in den Weg legt. Mit dem Valentinstag am 14. Februar geht euer Herrscher spätabends in den Wassermann und steht dann bis zum 10. März sehr günstig für euch. Das ist gut für berufliche Pläne, alle Arten von Kommunikation und auch für Reisetätigkeiten, sofern es die Corona-Einschränkungen zulassen. Der Vollmond am 16. Februar steht entspannt zur Zwillinge-Sonne und kann sehr inspirierend auf euch wirken. Vielleicht zeigen sich im Licht des Vollmondes schon erste Erkenntnisse in Bezug auf eure beruflichen und Lebenspläne. Der Vollmond ist auch sehr günstig, um ein Ritual dazu zu machen und die Eingebungen, die euch dann kommen, solltet ihr auf jeden Fall festhalten, am besten gleich schriftlich. Da ist bestimmt etwas dabei, was ihr später mal gebrauchen könnt. Am 18. Februar spätnachmittags beginnt die Fische-Saison und die Sonne aktiviert dann für vier Wochen euren kosmischen Karrierebereich und damit auch Glücksplanet Jupiter und Fantasieplanet Neptun. Auch deswegen ist es wichtig, dass ihr euch zu Neumond Anfang des Monats schon mal Gedanken macht, wo die Reise hingehen soll. Dann könnt ihr nämlich diese Phase bis zum 20. März schon gut ausnutzen und wichtige Entscheidungen treffen. Übrigens sind das auch tolle Konstellationen, falls ihr beruflich im spirituellen oder künstlerischen Bereich zu tun habt. Denn da baut sich ein fabelhafter Aspekt auf, der Inspirationen und auch materiellen Erfolg mit eurer Arbeit verheißt. Und falls ihr euch in diesen Bereichen selbstständig machen wollt, euch bisher aber noch nicht getraut hattet, würden euch die Konstellationen dabei jetzt unterstützen. Im Februar und März ganz besonders. Da könnt ihr schon ernsthafte Schritte unternehmen. Der Neumond vom 2. März wäre zum Beispiel ein gutes Datum, um eine bedeutende neue Unternehmung zu starten. Gesundheitlich raten euch die Sterne im Februar weiterhin zur Vorsicht. Besonders, wenn ihr um den 10. Juni herum Geburtstag habt. Und das heißt, dass ihr dann den Spannungsaspekt zu Neptun empfangt. Der kann nämlich die Vitalität und die Immunabwehr schwächen. Gebt bitte gut auf euch Acht. Die erste und zweite Dekade kann sich dagegen entspannen, beziehungsweise nur noch so viel aufpassen wie jeder andere auch. Das waren eure Tendenzen im Februar und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das PDF mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Wie ist es euch im Januar ergangen? Habt ihr Querelen in der Partnerschaft gehabt? Hat man euch die Liebe entzogen? War euer Schatz nicht erreichbar? Oder musstet ihr euch etwa aus Quarantänegründen zeitlich kurz trennen? All das ist unter meinen Bekannten mit Krebssonne und Krebsaszendenten vorgekommen. Aber nun sollte Besserung eintreten. Die Venus befindet sich wieder im Vorwärtsgang und ab dem 4. Februar auch der Merkur. Und das Beste ist, die Liebesplaneten Venus und Mars gehen in eurem Partnerhaus eine innige Verbindung ein, und zwar den ganzen Monat über. Das bedeutet, es gibt wieder Raum für Liebe und Leidenschaft. Deshalb habe ich die Zeit vom 2. bis 26. Februar in meinem Jahrbuch als Highlight für euch vermerkt. Als romantische und teils stürmische Phase in der Liebe. Ihr seid umschwärmt und erhaltet viel Aufmerksamkeit. Es ist eine tolle Zeit zum Flirten und um Leute kennenzulernen. Achtung nur, manche, vor allem männliche Verehrer, sind äußerst hartnäckig und necken euch gerne. Vielleicht umwerben euch auch zwei Konkurrenten gleichzeitig. Da müsst ihr gegebenenfalls eure Grenzen klar aufzeigen. Aber wenn ihr verliebt seid, werdet ihr die Zeit in vollen Zügen genießen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ihr nicht vielleicht noch verletzt und sauer seid wegen Dingen, die sich im Januar ereignet haben, denn dann kann der Mars im Partnerhaus auch Konflikte und Auseinandersetzungen anzeigen. Versucht das lieber in Form von Erotik und Leidenschaft auszuleben, wenn möglich. Dazu aktiviert der Wassermann-Neumond am 1. Februar den Bereich eurer festen Beziehungen und Verbindlichkeiten. Das heißt, wenn ihr liebevoll auf Tuchfüllung geht oder euch auch stürmisch wieder versöhnt, bringt das auch eure bestehende Partnerschaft weiter. Der Neumond eignet sich also gut für ein Ritual, um die Beziehung zu stärken oder um gemeinsame Vorhaben oder auch Wünsche und Anschaffungen zu manifestieren. Beruflich habt ihr nicht so einen einfachen Stand. Zum Beispiel kann es sein, dass euch die starken Liebes- und Beziehungsenergien ablenken oder dass es euch einfach alles zu viel wird und das drückt dann auf die Arbeitsleistung. Solltet ihr in einem Heilberuf tätig sein, wird die erste Monatshälfte vermutlich sehr anstrengend. Und falls euch etwas beruflich gegen den Strich geht, versucht bitte euch nicht so aufzuregen, dass es euch krank machen kann. Und achtet ganz konkret darauf, dass ihr euch nicht durch Zusammenkünfte mit KollegInnen etwa Ansteckungsgefahren aussetzt. Deswegen stresst euch in der ersten Monatshälfte nicht zu sehr. Es wird euch nicht unbedingt gedankt. Macht einfach Dienst nach Vorschrift und bleibt locker. Zum Valentinstag am 14. Februar erhaltet ihr bestimmt mindestens eine Aufmerksamkeit, wenn nicht noch mehr. Und beruflich ändert sich dann die Energie zum Besseren. Ihr bekommt spürbare Unterstützung und es zeigt sich vielleicht auch, dass jemand, mit dem ihr liebesmäßig zu tun habt, auch beruflich etwas für euch tun kann. Es macht wieder Spaß, Pläne zu machen und Projekte anzuschieben. Und ihr stellt fest, dass ihr doch so einige Fans habt, die hinter euch stehen und gerne etwas mit euch gemeinsam realisieren wollen. Am 14. Februar geht auch der Merkur spätabends in den Wassermann und bis zum 10. März habt ihr dann sehr gute Tendenzen, um in euren festen Partnerschaften klärende Gespräche zu führen. Auch für Vertragsangelegenheiten sind das gute Wochen. Der Vollmond am 16. Februar im Löwen kann euch Fragen rund um euer Selbstwertgefühl ins Bewusstsein bringen. Steht der Partner hinter euch? Was seid ihr euch selbst wert? Was braucht ihr, um euch innerlich und äußerlich reich zu fühlen? Es ist ein schöner Vollmond für ein Ritual zum Thema Reichtum und Fülle. Am 18. Februar nachmittags geht die Sonne in die Fische und bildet dann für vier Wochen wunderschöne Aspekte. Sie aktiviert dabei Glücksplanet Jupiter und Romantikplaneten Neptun. Für den Rest des Monats habt ihr dann entspannte und versöhnliche Aspekte und solltet in der Lage sein, euer Privat- und Liebesleben zu genießen. Ideal wäre es auch, wenn ihr eine kleine Reise unternehmen könntet. Das Wochenende vom 25. bis 27. Februar ist wunderbar zum Philosophieren und Pläne machen oder einfach, um euch gute geistige und spirituelle Nahrung zu gönnen, zum Beispiel durch ein schönes Webinar oder die Beschäftigung mit spirituellen Themen Kunst oder Musik. Das waren eure Tendenzen im Februar und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Auch im Februar seid ihr, wie schon im Januar, beruflich stark gefordert und auch in der Partnerschaft tut sich einiges. Das Gute dabei, die Venus ist nun wieder direktläufig, Merkur wird es am 4. Februar und Angelegenheiten, die sich festgefahren hatten oder Missverständnisse, lassen sich beseitigen. Ich hoffe, ihr habt euch im Januar nicht so sehr verausgabt, dass ihr jetzt am liebsten ausspannen würdet, denn im Februar könnt ihr sehr erfolgreich sein, wenn ihr euch anstrengt, vor allem in der ersten Monatshälfte. Da sieht es nach guter Unterstützung seitens des Teams aus und mit Kolleginnen und Kollegen, die euch vielleicht vor kurzem noch genervt oder blockiert haben, läuft es nun wieder rund. Das solltet ihr ausnutzen. Zeigt euch dankbar und begeistert, dass es nun wieder vorangeht und tragt anderen die Querelen der Vergangenheit nicht nach. Falls ihr in den vergangenen Wochen nicht recht Zeit oder Energie hattet, euch um Liebe und Partnerschaft zu kümmern, dann wird sich das im Februar ändern. Der Neumond am 1. Februar im Wassermann findet nämlich bei euch im Partnerhaus statt und setzt ein Signal, dass wichtige Impulse von anderen in euer Leben kommen und das solltet ihr willkommen heißen. Der Neumond eignet sich wunderbar für eine Meditation über Liebe und Partnerschaft, was ihr euch von eurer Beziehung wünscht und, falls ihr noch solo seid, wie der richtige Partner oder Partnerin aussehen soll. Prüfungsplanet Saturn spielt dabei eine entscheidende Rolle. Das heißt, für manche von euch stehen wichtige und ernste Partnerschaftsentscheidungen an. Vielleicht tragt ihr euch mit dem Gedanken, euch tiefer auf eine Verbindung einzulassen und jemandem einen Antrag zu machen. Möglich ist aber auch, falls ihr erkannt habt, dass eure Beziehung euch nicht gut tut, dass ihr nun die Konsequenzen zieht. Für beides könnt ihr den Neumond nutzen, um die nötige Kraft dafür zu tanken. Viele Löwen erleben in ihren festen Beziehungen jedoch glückliche Zeiten mit Unterstützung von Glücksplanet Jupiter. Am besten geht es denjenigen, die mit ihrem Partner auch beruflich auf einer Wellenlänge liegen oder vielleicht sogar zusammenarbeiten. Wenn das der Fall ist, habt ihr im Februar gemeinsam mit eurem Schatz einen richtig guten Lauf. Einziger Wermutstropfen kann sein, dass ihr euch irgendwo tief in eurem Herzen mehr Freiheit wünscht, um in die Ferne zu schweifen, was ihr aber vermutlich euren beruflichen Verpflichtungen opfern müsst. Das lohnt sich aber in diesem Monat auch, denn ihr könnt gute Entscheidungen für euer Fortkommen treffen. Am 14. Februar geht der Merkur in den Wassermann in euer Partnerhaus. Dann gibt es bestimmt Geschenke zum Valentinstag oder ihr nutzt es selbst, um einem lieben Menschen eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Die Sterne stehen dann bis zum 10. März günstig für Meetings und Zusammenkünfte, sowohl beruflich als auch privat. Auch wenn sie über Zoom stattfinden müssen, werden sie sich als sehr ergiebig erweisen. Der Vollmond im Löwen am 16. Februar aktiviert erneut eure Beziehungsthemen und kann für einige von euch durchaus eine schicksalhafte Entwicklung bringen, vor allem wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt. Vielleicht lernt ihr jemand Tolles kennen und falls ihr einen Kinderwunsch habt, solltet ihr zu diesem Vollmond entsprechend aktiv werden. Und natürlich eignet er sich auch sehr schön für ein weiteres Ritual zum Thema Liebe, Beziehungen oder eine Wunschmeditation zum Traumpartner. Wichtige Impulse können auch durch eine Freundschaft kommen. Im Januar war da ja ein Konflikt angezeigt. Zu Vollmond kommt da eine neue, versöhnliche Energie hinein und ihr könnt vielleicht ein heilsames Gespräch führen. Die Fische-Saison ab dem 18. Februar bringt für euch vier Wochen, während der ihr besonders glückliche Momente in euren festen Beziehungen erleben könnt. Denn die Sonne aktiviert Glücksplanet Jupiter und Romantikplaneten Neptun. Vielleicht könnt ihr euch gemeinsam einen Wunsch erfüllen, beispielsweise eine Anschaffung, die ihr euch schon lange wünscht. Oder ihr erlebt einfach einen besonders innigen Zusammenhalt und zärtliche Momente. Das ist auch eine Zeit der Wertschöpfung, zum Beispiel gemeinsam mit Finanzpartnern oder um gute und lukrative Verträge abzuschließen. Beruflich ist ab dem 18. und bis zum 6. März starkes Engagement gefragt. Ihr könnt bei Verhandlungen viel erreichen, aber ihr müsst dann auch wirklich solide Argumente auf den Tisch legen und dadurch Sachlichkeit und Fachwissen überzeugen. Das waren eure Tendenzen im Februar und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Astendenten. Für euch stehen die Liebessterne sehr vielversprechend. Das schauen wir uns gleich näher an. Zuerst werfen wir einen Blick auf den Neumond im Wassermann am 1. Februar. Denn der lenkt die Aufmerksamkeit und Energie in euren beruflichen Alltag. Es kann gut sein, dass es hier etwas zu verbessern gibt oder dass neue Arbeitsstrukturen eingeführt werden. Und ihr könnt den Neumond nutzen, um innerlich eure Wünsche zu formulieren oder um die nötige Kraft und Konzentration zu bitten, diese Möglichkeiten gut umzusetzen. Auch falls ihr ein wichtiges Gesundheitsthema habt, könnt ihr die Kräfte des Neumonds nutzen und um Heilung bitten. Weil Saturn beteiligt ist, haben die Neumond-Kräfte eine langfristige Wirkung und es lohnt sich, sie mit einem Ritual zu unterstützen. Positiv für euch ist natürlich auch, dass ab dem 4. Februar der Merkur wieder direktläufig ist, was das Fortkommen und die Kommunikation sehr erleichtert. Am spannendsten sind aber eure Liebessterne. Denn ihr befindet euch nun bis zum 6. März in einer der intensivsten Liebesphasen des Jahres. Falls ihr eine neue Beziehung begonnen habt, kann diese sich nun festigen und vertiefen. Für Singles ist der Februar eine grandiose Zeit, um sich leidenschaftlich zu verlieben. Weil weiterhin Neptun, Planet der romantischen Verwirrung und Verklärung, in eurem Partnerhaus steht, solltet ihr gegebenenfalls die 90-Tage-Regel beachten. Also drei Monate abwarten, ehe ihr euch tiefer einlasst und jemandem euren Haustürschlüssel übergebt. Wenn ihr fest liiert seid, nehmt euch Zeit für Intimität. Ihr könnt gemeinsam Tabus überwinden und neue Dimensionen der Erotik erfahren. Ernsthaftigkeit, Leidenschaft und tiefe Verbundenheit gehen Hand in Hand. Ihr könnt jetzt den Grundstein für eine Vertrauensbasis legen, die euch helfen kann, eventuelle Krisen zu überstehen. Wenn ihr Kinder habt, gibt es wahrscheinlich gute Gründe, stolz auf die Kreativität und die sozialen Leistungen der Kids zu sein. Auch für eure persönlichen Herzensprojekte schenkt euch der Kosmos im Februar viel Energie und Inspiration. Gut möglich auch, dass ihr durch den Kontakt zu jüngeren, zu neuen Ideen angeregt werdet, zum Beispiel wenn ihr in einem Lehrberuf tätig seid. Ein Wermutstropfen in der ersten Monatshälfte könnte sein, dass euer fester Schatz sich ausgeschlossen fühlt, wenn ihr zu sehr mit euren eigenen und persönlichen Projekten beschäftigt seid. Lasst Beziehungspartner an euren Gedanken und Ideen teilhaben und fragt sie um ihre Meinung. Das wirkt Wunder. Beruflich könnt ihr ebenfalls von der guten Energie durch Venus und Mars profitieren, vor allem wenn ihr selbstbestimmt arbeiten könnt oder einer kreativen Tätigkeit nachgeht. Dann könnt ihr die großen schöpferischen Kräfte auch dort einsetzen. Wenn ihr fest angestellt seid, wartet einiges an Verantwortung auf euch und außerdem werden vielleicht auch neue Abläufe und Routinen eingeführt, was ja auch der Neumond schon andeutet. Auch der Vollmond im Löwen am 16. Februar aktiviert viele Themen rund um euren Berufsalltag und eure Gesundheit. Es kann gut sein, dass ihr damit sehr beschäftigt seid und die Arbeit an euren Herzensprojekten in die Freizeit verlegen müsst. Noch etwas zeigt sich in den Sternen. Falls ihr in den vergangenen Wochen Stress mit einer Kollegin oder Vorgesetzten hattet, bekommt ihr rund um die Monatsmitte eine harmonische Phase, in der ihr wieder mehr an einem Strang zieht. Am 14. Februar wandert der Merkur in den Wassermann und aktiviert dann bis zum 10. März eure beruflichen Aktivitäten. Das ist günstig für Absprachen mit Kolleginnen und Kollegen. Außerdem ist dann ja Valentinstag und mit der ganzen Venus-Mars-Power dürft ihr wohl damit rechnen, in der Liebe einige Aufmerksamkeit zu erhalten. Am 18. Februar spätnachmittags geht die Sonne in die Fische und aktiviert dann für vier Wochen euer Partnerhaus, wo ja auch schon Glücksplanet Jupiter und Romantikplanet Neptun stehen. Das heißt, ihr habt dann bis zum 20. März eine Phase mit viel Zuspruch und interessanten Begegnungen und vielen geselligen Gelegenheiten, sofern nicht Covid-bedingte Einschränkungen oder auch eure persönlichen Entscheidungen dagegen sprechen. Vom 22. Februar bis Ende des Monats habt ihr günstige Gesundheitsaspekte, zum Beispiel um endlich einen wichtigen Termin für eine Heilanwendung zu erhalten. Und falls ihr selbst im Gesundheitswesen tätig seid, findet ihr nun Lösungen für Probleme, die euch in den vergangenen Wochen im Kopf herumgegangen waren. Das waren eure Tendenzen im Februar und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Berufliches und Herzensprojekte laufen gut, aber im Privatleben scheinen sich immer noch Herausforderungen zu ergeben. Der Neumond im Wassermann vom 1. Februar steht günstig für euch und aktiviert eure Lust und gleichzeitig euer Durchhaltevermögen, an wichtigen persönlichen und beruflichen Projekten weiterzuarbeiten. Möglich auch, dass dieser Neumond den Singles unter euch eine Liebschaft beschert, die euch sehr inspirieren kann, weil ihr mit der Person auf einer Wellenlänge liegt. Für die Neumond-Meditation bietet es sich an, dass ihr euch Gedanken darüber macht, welche wichtigen Vorhaben anstehen und gegebenenfalls auch ganz klare Prioritäten setzt. Dabei wird euch Saturn helfen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Denkt dabei ruhig auch langfristig. Auch diejenigen von euch, die fest angestellt arbeiten, haben gute Tendenzen, denn Glücksplanet Jupiter zeigt wohlwollende Kolleginnen und Kollegen an. Nicht nur die Arbeit im Team macht Freude, ihr dürft auch ganz konkret nach Unterstützung fragen. Und das könnte nötig werden, da ihr privat viel zu stemmen habt. Chiron steht ja weiterhin in eurem Partnerhaus und ich beobachte das tatsächlich auch bei mehreren Vagegeborenen, dass die Partner erkrankt sind oder anderweitig Schwierigkeiten haben. Wenn ihr auch so eine Situation habt, werdet ihr dafür Kraft und Energie brauchen. Und dann ist es schön, wenn euch Kollegen und Mitarbeiterinnen ihre Hilfe anbieten. Der Wermutstropfen ist allerdings das mitunter mehr versprochen, als gehalten wird. Ihr müsst also schon darauf achten, dass die Hilfe dann auch wirklich kommt und nicht Sachen liegen bleiben, ohne dass ihr es bemerkt. Auch wenn es kein Krankheitsdrama gibt, müsst ihr gegebenenfalls berücksichtigen, dass euer fester Partner sich vielleicht zurückgesetzt fühlt, wenn ihr sehr viel Energie in eure persönlichen Projekte steckt und der Eindruck entsteht, dass euch Partnerschaft und Familie derzeit nicht so wichtig sind. Ihr habt im Februar die Liebesplaneten Venus und Mars im Familienbereich stehen. Das ist per se nicht schlecht, denn es zeigt Familienmitglieder, die viel Energie haben und auch helfen können, aber sie sind halt auch sehr quirlig und anstrengend. Es kann stressig werden, alle Aufgaben und alle beteiligten Personen unter einen Hut zu bringen. Am besten, ihr betrachtet eure Familie als Team und beruft tatsächlich auch mal ein Team-Meeting ein, bei dem ihr ganz sachlich die anstehenden Aufgaben besprecht und wer was übernehmen kann. Dafür würden sich der 7. und 8. Februar eignen und auch die Zeit ab dem 14. Februar. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ihr einfach um eine Auszeit für euch selbst bittet und den anderen vertraut, Probleme ohne eure Hilfe zu lösen, wenn ihr es nicht schafft. Dann dürft ihr euch aber auch nicht einmischen und den anderen sagen, wie sie es zu machen haben. Besonders nicht in der Zeit vom 9. bis zum 12. Februar. Möglich sind übrigens auch Querelen mit Mitbewohnern oder Mieterinnen oder Vermietern. Vielleicht steht auch eine Renovierung an und das zerrt an den Nerven. Besser wird es ab dem 14. Februar. Dann geht der Merkur in den Wassermann und steht bis zum 10. März sehr günstig für Absprachen und klärende Gespräche. Nutzt den Valentinstag, um eurem Schatz eure Wertschätzung und Aufmerksamkeit zu zeigen. Der Vollmond am 16. Februar beleuchtet wieder den Bereich eurer persönlichen und kreativen Projekte und Vorhaben. Vielleicht habt ihr nach der turbulenten ersten Monatshälfte schon mehr Klarheit und Verständnis dafür, wie ihr eure Herzensprojekte und die Bedürfnisse eurer Herzallerliebsten unter einen Hut bringen könnt. Falls ihr Single und unabhängig seid, ist das jetzt wirklich mal ein Vorteil. Denn dann könnt ihr euch nach Herzenslust euren eigenen Angelegenheiten widmen und in die Arbeit für eure wichtigen beruflichen und persönlichen Projekte stürzen. Die beste Zeit dafür ist bis zum 18. Februar. Danach geht die Sonne in die Fische und aktiviert Alltagsfragen im Job. Dann gibt es viel Administratives zu tun und Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, fordern einiges an Organisation und Zuwendung. Festliierte können dann ihren Schatz um Unterstützung bitten. Er oder sie kann euch super helfen und bekommt vielleicht auch Sachen mit, die ihr im Eifer des Gefechts übersehen habt. Gegen Ende des Monats wird auch manche Zusage, die zwischendurch vergessen schien, doch noch eingehalten. Die zweite Monatshälfte ist übrigens auch gut, um, falls nötig, Termine für eure eigene Gesundheit zu machen. Das waren eure Tendenzen im Februar und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Ich hoffe, der Januar hat euch gefallen, denn viele Tendenzen setzen sich für euch noch weiter fort und die sind überwiegend positiv. Erfreulicherweise wird die Venus dieser Tage wieder direktläufig und ab dem 4. Februar auch der Merkur. Das heißt, es wird sogar noch besser als im Januar. Der Wassermann-Neumond am 1. Februar rückt Themen rund um eure Heimat, Privatleben und Familie in den Fokus. Einige von euch haben wohl eine große Verantwortung zu schultern, sei es für ein Eigenheim oder die Wohnung oder für ein älteres Familienmitglied, um das ihr euch kümmert. Vielleicht zieht ihr auch aus oder um oder helft jemand aus der Familie, sich neu zu verwurzeln. Und weil Saturn dabei steht, geht es hier wohl auch um etwas Langfristiges. Was immer da anliegt, da könnt ihr zu Neumond um Stärkung und Inspirationen bitten und wichtige, dauerhaft wirksame Impulse setzen. Und das wiederum könnt ihr mit einem Ritual in eurem Leben verankern. Ein weiteres wichtiges Thema für euch ist Liebe und Partnerschaft. Da befindet ihr euch in einem anhaltenden Highlight, das sich noch bis zum 6. März weiter fortsetzt. Wenn ihr Single seid, könnt ihr der Liebe direkt in eurem Umfeld begegnen. Also haltet die Augen offen. Eure Lust auf Erotik und Zärtlichkeit ist geweckt. Es kann durchaus passieren, dass ihr mit einem neuen Flirt recht schnell im Bett landet. Wenn ihr festliiert seid, vergesst nicht eurem Schatz ein Valentinsgeschenk zu machen. Ihr habt nämlich im Februar durchaus Zeit für die Liebe und das solltet ihr ausnutzen, denn es kommen später im Jahr noch einige stressige Phasen auf euch zu. Ein Wermutstropfen könnte sein, dass die Verantwortung in Heim und Familie eurem Liebesvergnügen entgegensteht. Zum Beispiel, dass ihr euch nicht so häufig mit jemandem treffen könnt, wie ihr möchtet. Möglich auch, dass ihr gerne mit jemandem zusammenziehen würdet, aber aus Rücksicht auf Familieninteressen zunächst noch darauf verzichten müsst. Trotzdem dürften Lust und Liebe nicht zu kurz kommen. Vieles lässt sich auch durch geduldige Gespräche und gute Absprachen klären. Wenn ihr bei euren Überlegungen, was ihr wollt und was euch wichtig ist, euer Herz öffnet und Rücksicht auf die Gefühle anderer nehmt, kann euch kaum jemand widerstehen. Vor allem in der ersten Monatshälfte könnt ihr mit heißem Liebesgeflüster jeden und jede um den Finger wickeln. Außerdem baut sich diesen Monat ein traumhaft schöner Aspekt auf, der für euch Partnerschaftsthemen und die erotische Fantasie gleichzeitig aktiviert, sodass es nach vielen glücklichen Momenten für euch aussieht. Falls ihr alleinstehend seid, sind das auch wundervolle Aspekte, um kreativ zu sein und Herzensprojekten nachzugehen oder eben auch, um neue Leute kennenzulernen, mit denen ihr auf einer Wellenlänge liegt. Am 14. Februar spätabends geht der Merkur in den Wassermann und aktiviert zusätzlich die Neumondthemen rund um Heim, Familie und Verantwortung. Bis zum 6. März sind dann wichtige Gespräche, Termine und Entscheidungen begünstigt. Beruflich kann es ebenfalls ein sehr produktiver Monat werden, besonders wenn ihr mit Verkauf, Marketing, Kommunikation, Schreiben, Texten sowie in Lehrberufen tätig seid. Dann dürftet ihr super viel Spaß an eurer Arbeit haben und sehr inspiriert sein. Ihr könnt diese Aspekte auch gut nutzen, um euch Listen zu machen, was ihr erledigen wollt, was ihr erreichen wollt oder um das Für und Wider abzuwägen, falls ihr vor wichtigen Entscheidungen steht. Worte haben jetzt große Macht für euch und ihr seid darin sehr schöpferisch. Manche von euch haben allerdings Baustellen, was den beruflichen Alltag oder die Arbeitsumgebung angeht. Auch wenn ihr im Homeoffice arbeitet, kann es Probleme geben, zum Beispiel, weil ihr nicht genug Raum habt, um euch zu konzentrieren. Der Löwevollmond am 16. Februar kann euch diese Problematik verstärkt ins Bewusstsein bringen und ihr merkt, dass ihr da jetzt mal was dran tun müsst. Ihr bekommt vom 22. bis 26. Februar einen guten Aspekt, um hier Verbesserungen zu erzielen. Am 18. Februar, spätnachmittags, geht die Sonne in die Fische und aktiviert für weitere vier Wochen den Bereich, wo schon Glücksplanet Jupiter und Romantikplanet Neptun für viel Liebesglück, Lust und Lebensfreude sorgen. Und wenn ihr Kinder habt, solltet ihr deren musische und sportliche Talente fördern, wo es nur irgend geht. Die Ergebnisse werden euch stolz und glücklich machen. Das waren eure Tendenzen im Februar und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Der Neumond vom 1. Februar im Wassermann steht günstig und inspirierend für euch und ist gut für alle Arten von neuen Ideen und Projekten. Auch längerfristige Vorhaben, bei denen euch vielleicht zwischendurch ein bisschen die Begeisterung abhanden gekommen war, könnt ihr mit diesem Neumond wieder beleben und mit frischer Energie aufladen. Die Konstellation ist auch gut für Zaubersprüche und Rituale. Falls ihr bisher noch nie ein Neumond-Ritual ausprobiert habt, könntet ihr es nun zum ersten Mal versuchen. Anregungen dafür findet ihr auf meiner Homepage in dem Dossier Dein persönliches Ritual. Aber ihr könnt auch völlig frei etwas erfinden. Es fällt euch bestimmt was Gutes ein. Ein anderes dankbares Thema für eine Neumond-Meditation könnte Reichtum und Fülle sein. Denn im Februar ist der Geldbereich eures Horoskops stark aktiviert. Hier läuft nun die Venus wieder im Vorwärtsgang und ab dem 4. Februar auch der Merkur. Und das sind gute Zeichen. Sie bedeuten nämlich, Geld kommt herein. Und weil sich die Venus dort auch mit Mars verbindet, könnt ihr jetzt auch richtig energisch auftreten und auch Geld eintreiben, was euch schon seit längerer Zeit zusteht. Das gilt für den ganzen Monat. In der ersten Monatshälfte helfen euch auch noch Machtplanet Pluto und der clevere Merkur, eure Forderungen durchzusetzen. Also los! Auch im Zusammenhang mit eurer beruflichen Tätigkeit könnt ihr diese Aspekte nutzen. Zum Beispiel für ein Gespräch wegen einer Gehaltserhöhung. Es kann auch gut sein, dass aufgrund eurer schlauen Initiative und innovativen Ideen Geld für die Firma eingenommen wird. Dann solltet ihr darauf achten, dass ihr eine Provision oder einen geldwerten Vorteil oder eine sonstige Anerkennung dafür erhaltet. Für die Liebe und euer Privatleben stehen die Konstellationen entspannter als im Januar. Glücksplanet Jupiter verheißt angenehme Entwicklungen für euer Heim und eure Familie. Vielleicht Zuwachs, vielleicht auch ein glücklicher Umzug. Und für beides scheinen auch die Finanzen zu stimmen. Es kann auch bedeuten, dass ihr einfach viel netten Besuch bekommt oder eure Kinder beleben euer Zuhause durch den Besuch von Freundinnen und Freunden, sofern nicht Einschränkungen dagegen sprechen. Auch eine unerwartete berufliche Entwicklung kann sich zum Vorteil für euer Privatleben entwickeln. Vielleicht gehört ihr zu den Glücklichen, die vom Homeoffice profitieren und sich damit wohlfühlen. Vorsichtig sein müsst ihr allerdings, wenn ihr unter dem Einfluss von Neptun steht. Das merkt ihr daran, dass es euch schwerfällt, klar zu sehen und Entscheidungen zu treffen. Denn hier gibt es eine Verbindung zu Lilith, die im Partnerhaus steht und die heiße, aber undurchsichtige Affären mit sich bringen kann, die dann wiederum euer Privatleben durcheinander bringen. Denkbar ist auch das Szenario, dass ihr euch in eine Mitbewohnerin verliebt und das verursacht Komplikationen. Wie auch immer, wenn ihr merkt, dass es in der Liebe kompliziert wird, schaltet lieber einen Gang zurück. Im März lässt sich vieles klären, was jetzt noch recht verwirrend erscheint. Für die Festliierten unter euch stehen die Sterne rund um den Valentinstag besonders schön, um euch eurem Schatz zu widmen und ihn oder sie mit einer Aufmerksamkeit zu überraschen. Sowohl der Neumond im Wassermann als auch der Vollmond im Löwen am 16. Februar stärken eure Beziehungen. Deswegen könnt ihr im Februar gut kommunizieren und gemeinsam Pläne machen. Dabei hilft euch auch, dass der Merkur am 14. Februar in den Wassermann geht und dann bis zum 10. März Gespräche und Verhandlungen unterstützt. Außerdem habt ihr auch Spaß daran, Wissen auszutauschen oder, falls ihr in einem Lehrberuf tätig seid, zu unterrichten. Am 18. Februar spätnachmittags geht die Sonne in die Fische und aktiviert dann für vier Wochen den privaten Bereich eures Horoskops. Vielleicht bekommt ihr dann Lust, in eurem Zuhause etwas zu verändern, um euren Wohlfühlfaktor zu steigern. Vom 22. bis zum 26. Februar könnte euch eine berufliche Nachricht nervös machen, aber das ist wohl vermutlich keine große Sache und ihr findet schnell eine kreative Lösung. Außerdem habt ihr einflussreiche Leute auf eurer Seite. Gegen Ende des Monats ist außerdem eure finanzielle Intuition ganz ausgezeichnet, zum Beispiel um ein Schnäppchen zu machen oder einen lukrativen Vertrag zu unterzeichnen. Das waren eure Tendenzen im Februar und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das PDF mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Seid ihr auch froh, dass der Januar überstanden ist, trotz Geburtstag und so? Für mich als Steinbock war es heftig. Die Omikron-Welle hat mich erwischt und ich musste zwei wichtige Projekte aufgeben. Wie ist es euch denn so ergangen? Könnt ihr mir ja gerne mal hier unter dem Video posten. Jedenfalls sollte es jetzt im Februar auf allen Ebenen wieder besser laufen. Der Mars steht im Steinbock. Das gibt Kraft. Die Venus, ebenfalls im Steinbock, wird jetzt wieder direktläufig und ab dem 4. Februar auch der Merkur. Alles im Steinbock bei euch im Zeichen. Das heißt, es geht voran und der Blick geht nach vorn. Der Neumond am 1. Februar im Wassermann fällt in euer kosmisches Haus des Geldes und der Werte. Für die Meditation oder ein Ritual bietet es sich deswegen an, dass ihr Finanzpläne für das Jahr macht oder auch über Themen rund um euer Selbstwertgefühl nachdenkt. Stimmt die Wertschätzung durch andere Menschen und was könnt ihr dafür tun? Gibt es vielleicht Glaubenssätze, die euch davon abhalten, zu bekommen, was euch zusteht? Zu all dem könnt ihr an diesem Neumond Inspirationen erhalten. Denkt dabei ruhig langfristig, denn der Neumond aktiviert euren Herrscher Saturn, Planet der Dauer und des Durchhaltevermögens. Das sollte euch den Rücken stärken. Mit dem Mars in eurem Zeichen könnt ihr außerdem sehr gut berufliche und auch persönliche Initiative ergreifen und Dinge wieder in die Hand nehmen, die euch möglicherweise im Januar entglitten waren. Manches lässt sich nun noch korrigieren oder wiederbeleben. Aber von manchen Vorhaben werdet ihr wohl auch loslassen müssen, weil ihr erkennt, dass sie sich einfach nicht rentieren. Doch nun tun sich auch neue Gelegenheiten auf. Ihr habt sogar die Möglichkeit, mit Herzensprojekten auch Geld umzusetzen. Vom 4. bis 17. Februar habt ihr einen super guten Finanz- und Spekulationsaspekt. Da könnt ihr euch was trauen, ein tolles neues Geschäft einfädeln oder ein spannendes neues technisches Gerät anschaffen. Sehr günstig stehen ja noch bis Mai Jupiter und Neptun, die euch stark inspirieren, wenn ihr mit Kommunikation und Marketing oder in Lehre und Forschung beschäftigt seid. Alle Steinböcke, die Texte, Bücher, Artikel oder Blogs schreiben, dürften mit diesen tollen Aspekten den Februar über einen guten Lauf haben. Und die Ideen gehen euch nicht aus. Dabei müsst ihr nicht auf Eingebungen warten. Fangt einfach an und ihr werdet sehen, dass dann auch bald die Inspiration zu fließen beginnt. Vom 7. bis zum 13. Februar könnt ihr auch mal ein Machtwort sprechen, wenn nötig. Und alle werden auf euch hören. Das gilt besonders für die Geborenen der dritten Dekade. Wenn ihr, wie ich, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hattet, kann es sein, dass das noch nicht ganz ausgestanden ist. Chiron steht ja schwierig zur Steinbock-Sonne. Außerdem Lilith im Gesundheitshaus. Das bedeutet, ihr müsst Erkrankungen oder Zipperlein schon ernst nehmen und nicht wegdrücken, um schneller wieder arbeiten zu können. Auch kann euch eine familiäre Verantwortung, zum Beispiel für ein erkranktes Familienmitglied, belasten. Trotzdem denke ich, dass Mars und Venus jetzt im Februar allen Steinböcken so gute Vitalkräfte verleihen, dass sie insgesamt besser mit allen Problemen fertig werden. Für die Liebe sehen die Tendenzen den gesamten Februar überrosig aus. Die Liebesplaneten laufen eng umschlungen durch den Steinbock. Deswegen habt ihr bestimmt eine ganz tolle Ausstrahlung und auch Lust auf Liebe, Erotik und Kuscheleinheiten. Nicht nur zum Valentinstag am 14. dürftet ihr euch begehrt fühlen. Wenn ihr gerade alleinstehend seid, könnt ihr diese schöpferischen Kräfte gut für eure kreativen Hobbys nutzen oder in euer berufliches Fortkommen einfließen lassen. Am 14. Februar geht der Merkur in den Wassermann und wandert dann bis zum 10. März durch euer Finanzhaus. Das ist günstig für alle Verhandlungen und Entscheidungen rund ums Geld. Auch der Löwevollmond am 16. Februar beleuchtet eure Finanz- und Wertethemen und eventuell auch mit welchen Gefühlen diese verknüpft sind. Ihr könnt hier auch noch mal ein Ritual zum Beispiel zum Thema Fülle und Reichtum einplanen. Am 18. Februar spätnachmittags geht die Sonne in die Fische und steht dann für vier Wochen sehr inspirierend. Das macht euch empathisch und ihr spürt eure eigenen Bedürfnisse und die der anderen. Und vom 22. Februar bis 2. März könnt ihr eventuelle Finanzfehler der Vergangenheit korrigieren. Zum Beispiel, indem ihr Verträge wieder kündigt oder Geld neu umschichtet. In diesen Tagen könnt ihr auch euer Aktiendepot mal nach Schwachstellen durchforsten. Das waren eure Tendenzen im Februar und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es als PDF für eine kleine Gebühr zum Download auf meiner Homepage. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Februar Geburtstag habt. Der Monat geht gleich los mit dem Neumond im Wassermann frühmorgens am 1. Februar. Für euch der wichtigste im ganzen Jahr. Die Neumond-Konstellation ist ideal, um langfristige Pläne zu machen, weil sie auch Saturn, Planet der Dauer und der Verantwortung, aktiviert. Deswegen nehmt euch Zeit, darüber nachzudenken, was ihr vorhabt und wie sich euer Leben entwickeln soll. Das kann auch die Liebe und die Beziehungen betreffen, wenn die euch zurzeit am wichtigsten sind. Bei diesem Neumond geht es um euch und alles, was euch wichtig ist. Nicht nur die Karriere, auch Herzensprojekte, Gesundheit und Vitalität und Liebesangelegenheiten. Wenn ihr ein Ritual abhalten wollt, könnt ihr es nutzen, um eure Projekte und Herzenswünsche zu stärken und mit Energie aufzuladen. Dieser Neumond wird auch die Spannung zu Umbruchsplanet Uranus aktivieren und dadurch habt ihr möglicherweise rebellische Gedanken und den Wunsch, euch aus bestimmten Strukturen zu befreien. Das solltet ihr ernst nehmen und zugleich darüber nachdenken, wie ihr solche Wünsche konstruktiv umsetzen könnt. Insofern kann es auch ein Neumond der wichtigen Entscheidungen werden. Die Venus ist nun wieder direktläufig und ab dem 4. Februar auch der Merkur. Das alles spielt sich jedoch bei euch im zurückgezogenen Bereich ab. Es kann also sein, dass es in der Liebe noch ruhig bleibt oder dass sich Gefühlsangelegenheiten mehr in der Stille oder innerlich zeigen. Wenn das der Fall ist, solltet ihr es auch nicht forcieren. Es gibt wahrhaftig genug andere Baustellen in eurem Leben, um die ihr euch gerade kümmern müsst. Ihr könnt sicher sein, dass für euch spätestens ab März ein geradezu stürmischer Liebesfrühling losgeht. Wenn ihr fest liiert seid, kann es sein, dass ihr gerade gemeinsam nicht so viel draußen unternehmt, vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen. Dann könnt ihr es euch wenigstens zu zweit gemütlich machen. Sehr ergiebig sind diese Konstellationen für alle Wassermanngeborenen, die spirituell arbeiten, denn die schöpferischen Kräfte von Venus und Mars erfüllen den mystischen und rituellen Bereich eures Horoskops. Rituale und Zaubersprüche, die ihr jetzt vollzieht, wirken besonders kraftvoll. Falls ihr im alternativen Heilbereich arbeitet, könnt ihr sie auch verwenden, um eure Heilanwendungen zu unterstützen. Prächtig sind die Aspekte auch in finanzieller Hinsicht. Glücksplanet Jupiter dürfte euch Zuwächse bescheren oder vielleicht sind es auch Hilfsgelder und Zuwendungen, die ihr beantragt hattet. Beruflich könnt ihr euch über mangelnde Arbeit nicht beklagen, denn Saturn im Wassermann zieht die Verantwortung und die Jobs geradezu magisch an. Manches ist wahrscheinlich ziemlich anstrengend und ihr müsst das ganze Jahr über auf eine gute Work-Life-Balance achten. Diesen Monat stehen besonders die Geburtstagskinder Anfang Februar voll unter Dampf. Was ihr jetzt beginnt und entscheidet, hat langfristig große Bedeutung. Am 14. Februar zieht der Merkur weiter in den Wassermann und das begünstigt bis zum 10. März alle Verhandlungen, Gespräche und Schriftliches, aber auch die Ausarbeitung oder Unterzeichnung neuer Verträge. Der Vollmond vom 16. Februar aktiviert eure Beziehungsthemen und zwar auf schicksalhafte Weise. Ihr könnt jemand Neues, Interessantes kennenlernen. Es kann aber auch eine wichtige Beziehungsentscheidung anstehen, möglicherweise sogar eine Trennung. Die solltet ihr dann aber nicht spontan aus einer Gefühlsaufwallung heraus vollziehen, sondern das sollte gut durchdacht sein. Gute Nachrichten gibt es für euer Privatleben. Hier kann eine schwierige Situation geheilt werden, zum Beispiel in Form einer Versöhnung in der Familie oder vielleicht kommt bei einer baulichen Maßnahme in eurem Zuhause endlich Bewegung rein. Und beides hätte auch eine wohltuende Wirkung auf eure mentale und körperliche Gesundheit. Nur zwischen dem 22. und 26. Februar dürft ihr nicht die Geduld verlieren. Insgesamt geht es voran. Am 18. Februar spätnachmittags geht die Sonne in die Fische und aktiviert dann für vier Wochen euer kosmisches Geldhaus. Ihr habt dann noch bis zum 24. März immer wieder gute Finanzphasen. Deshalb schiebt wichtige finanzielle Angelegenheiten nicht auf, sondern kümmert euch bald drum. Es lohnt sich. Das waren eure Tendenzen im Februar und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das PDF mit dem Monatshoroskop gibt es für eine kleine Gebühr auf meiner Homepage zum Download. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Februar Geburtstag habt. Der Kosmos meint es gut mit euch. Fast alle himmlischen Faktoren stehen günstig zur Fischesonne und sofern nicht andere Planeten in eurem persönlichen Geburtshoroskop schwierige Aspekte empfangen, sollte es auf allen Ebenen gut für euch laufen. Glücksplanet Jupiter ist nun in der zweiten Dekade des Fischezeichens unterwegs und wirkt besonders günstig auf die Geburtstagskinder vom 1. bis 6. März. Doch ich denke, ihr habt alle etwas davon und merkt einfach, dass sich Umstände glücklich entwickeln, dass Sachen, die vielleicht zeitweise schwierig waren, nun doch noch klappen und dass die Menschen in eurem Umfeld Lust haben, etwas mit euch zu realisieren. Der Neumond im Wassermahn am 1. Februar fällt in den zurückgezogenen Bereich eures Horoskops. Er ist sehr schön für ein spirituelles Ritual und falls ihr euch schon immer vornehmen wolltet, mehr zu meditieren und öfter auf eure innere Stimme zu lauschen, dann könnt ihr jetzt damit beginnen. Viele Fische sind natürlich schon von Natur aus spirituell angehaucht, das wisst ihr ja, und können deshalb die Neumond-Energie für ihre Arbeit oder auch ihre privaten spirituellen und meditativen Projekte nutzen. Davon abgesehen sind die Liebe und Freundschaft in diesem Monat großgeschrieben. Der Februar ist insgesamt eine tolle Zeit, um mit einflussreichen Freundinnen und Freunden oder auch Geschäftskontakten gemeinsame Projekte voranzutreiben. Manche kommen auf euch zu, andere sucht ihr euch aktiv aus und was ihr nun gemeinsam anpackt, kann gelingen. Der Februar ist auch sehr erfolgreich für eure Social Media. Eure Community steht hinter euch. Zum Geburtstag werdet ihr bestimmt mit Glückwünschen überschüttet. Wenn ihr flirten wollt, läuft es ebenfalls sehr gut. Dank Jupiter in eurem Zeichen wirkt ihr anziehend auf andere, ohne dass ihr dafür groß was tun müsst. Und insofern kommen Menschen, die an einem Flirt interessiert sind, auf euch zu. Wenn ihr fest liiert seid, könnt ihr Partner oder Partnerin mit eurem Charme um den Finger wickeln. Auch beruflich und finanziell dürfte es rund laufen. Der Kosmos schenkt euch eine sanfte Durchsetzungskraft und ihr könnt bei Verhandlungen das Optimum für euch herausholen. Gut ist, wenn ihr euren Visionen folgt, ohne gleich Zweifel an deren Umsetzbarkeit zu hegen. Traut euch was. Hilfreich sind auch Freundinnen und Bekannte, die euch den Rücken stärken. Auf eine Sache solltet ihr aber achten, denn ihr habt ja immer noch Verschleierungsplaneten Neptun bei euch im Zeichen stehen. Wenn ihr nicht genug verlässliche Informationen einholt, riskiert ihr eine Fehleinschätzung. Und das könnte die positiven Effekte bei Geschäftsabschlüssen und Verträgen beeinträchtigen. Deshalb macht euch immer ausreichend schlau. Und das sollte auch gelingen, denn Informationen werden euch zugetragen, weil jeder gerne mit euch arbeiten möchte. In der zweiten Monatshälfte habt ihr einen super Aspekt, der Erfolg und lukrative Gelegenheiten verspricht, weil ihr tolle, innovative Ideen habt. Möglich auch, dass sich in eurem Lebensumfeld positive Veränderungen ergeben, zum Beispiel durch besonders nette neue Nachbarn oder an der Schule eurer Kinder. Gesundheitlich meinen die Sterne, dass ihr euch in der ersten Monatshälfte gelegentlich schonen und ausruhen solltet. Das heißt, gegebenenfalls auch mal Nein sagen bei den vielen Vorschlägen und Aufträgen, die zu erwarten sind. Jedenfalls, wenn ihr merkt, dass sie eure Kräfte übersteigen. Und wenn ihr direkt unter dem Einfluss von Neptun steht, das betrifft jetzt vor allem diejenigen, die um den 10. März herum Geburtstag haben, dann solltet ihr achtsam mit euren Kräften umgehen. Ihr seid sehr empfänglich für Stimmungen und Energien, vor allem aus eurem familiären Umfeld oder durch eure Wohnsituation. Da müsst ihr euch gegebenenfalls abgrenzen. Achtet dann darauf, dass ihr die Möglichkeit habt, euch zurückzuziehen und zur Ruhe zu kommen. Der Vollmond im Löwen am 16. Februar kann euch Botschaften aus der geistigen Welt oder auch Gesundheitsthemen ins Bewusstsein bringen. Er eignet sich, wie auch der Neumond, für ein Ritual mit spirituellen oder Heilungsthemen. Am 18. Februar um genau 17.43 Uhr geht die Sonne in euer Zeichen und die Fischelsaison beginnt. Freut euch dann auf vier Wochen voller Vitalität und Lebensfreude und mit schönen Glückschancen. Das waren eure Tendenzen im Februar und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Und jetzt kommen wir zum Serviceteil mit Tipps, Terminen und Infos zur Verlosung. Auf meiner Homepage findet ihr im Horoskope-Shop meine Angebote an persönlichen Beratungen oder schriftlichen PDF-Horoskopen. Bei all diesen Produkten erfahrt ihr, welche kosmischen Einflüsse nicht nur auf euer Sternzeichen, sondern auch auf die anderen Planeten eures Horoskops wirken. Schaut doch auch mal auf meinem Instagram-Account AntoniasSterne vorbei. Da gibt es täglich tolle Bilder und Posts zu den aktuellen Mondaspekten und wichtigen Konstellationen. Wir haben da eine schöne Community aufgebaut. Und alle, die hier sind, aber noch nicht da dabei sind, möchte ich herzlich dazu einladen. Der nächste Livestream ist am Montag, den 31. Januar, diesmal wieder um 21 Uhr. Und da geht es um den Neumond vom 1. Februar und den darauf folgenden Mondzyklus und wichtige aktuelle Neuigkeiten. In meinen Livestreams gibt es ja auch immer ein Gewinnspiel und wenn ihr daran teilnehmen wollt, könnt ihr euch vorher über meine Homepage anmelden. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Gern möchte ich euch nochmal mein Jahrbuch ans Herz legen, wenn ihr es noch nicht habt. Denn darin erfahrt ihr jetzt schon alles über die wichtigen neuen Energien des Jahres. Die Mondknoten, Lilith, die im April in den Krebs wechselt und natürlich auch Glücksplanet Jupiter, der jetzt noch in den Fischen steht, aber im Sommer auch im Widder. Und ihr erfahrt ganz ausführlich, was das jeweils für euer Sternzeichen bedeutet. Mehr Infos gibt es hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Ja, und mit etwas Glück könnt ihr das Jahrbuch mit Widmung auch in der Verlosung gewinnen. Und so nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Abonniert bitte meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, und postet mir hier einen netten, konstruktiven Kommentar, zum Beispiel wie der Januar für euch war und worauf ihr euch im Februar freut. Achtung, wer gewonnen hat, das werde ich hier unter dem Video als Antwortkommentar veröffentlichen, und zwar bis zum 4. Februar, wenn der Merkur wieder direktläufig wird. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ich habe ja heute wieder viel vom Mondritual gesprochen. In meinem Video vom Göttinnen-Neumond erfahrt ihr ganz viel über die Arbeit mit Ritualen. Und dann möchte ich euch noch das fantastische 2022-Video von meinem lieben Kollegen Christoph Niederwieser empfehlen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.